Irene Starmann aus dem fränkischen Klein-Ostheim hat die weite Reise ins Pulheimer Walzwerk bei Köln nicht ohne Grund auf sich genommen. Sie möchte einige Silbergegenstände zu Geld machen. Zu den mitgebrachten Erbstücken zählen zwei Serviettenringe, ein Streulöffel sowie das passende Zuckerdöschen. Letzteres könnte sich als lukrativ erweisen. Einst ging ein werpeultes Exemplar aus dem Jahr 1870 für 400 Euro über den Titel. Kann die Verkäuferin mit einer ähnlich hohen Summe rechnen? Um das herauszufinden, nimmt Expertin Heide Rezepa Zabel, 58, das Konvolut aus Silber noch einmal ganz genau unter die Lupe und attestiert immerhin einen sehr guten Zustand. Auf die obligatorische Nachfrage von Moderator Horst Lichter, 62, welchen Erlös sie denn gerne erzielen wollen würde, wirft Irene eine Summe von 500 Euro in den Raum. Die 58-Jährige Bares für Rares Sachverständige möchte dieser Wertschätzung nicht widersprechen, betont aber, dass es sich bei der oberen Schmerzgrenze tatsächlich um das Höchste der Gefühle handele. Schließlich dürfe man als Verkäufer nicht außer Acht lassen, dass die Händler durch den Weiterverkauf auch noch etwas an den Raritäten verdienen möchten. Deshalb könne es mit den 500 Euro eventuell eng werden, erklärt Rezepa Zabel. Trotz des kleinen Dämpfers will Irene ihr Glück anschließend in den vier Studio-Wänden von Walter 80 Euro Valdi Lenertz, 57, und seinen Kollegen versuchen. Lichter übergibt ihr die Händlerkarte. Dann nimmt das Fiasko seinen Lauf. Wolfgang Pauritsch, 51, startet zwar mit 180 Euro, kritisiert aber, dass das Zuckerdöschen nur versilbert sei. Julian Schmitz-Avila, 37, ist die gesamte Silbersammlung immerhin schon 200 Euro. Anschließend geht es nur noch mit Kleckerbeträgen aufwärts, bis Pauritsch mit einer Summe von 300 Euro schließlich das letzte Gebot abgibt. Weil Irene ihre Erbstücke aber nicht unter 400 Euro veräußern möchte, bricht sie ihren Auftritt abrupt ab. Sichtlich unzufrieden über den Verlauf des Verkaufsgesprächs schnappt sich die Laborantin ihr Tafelsilber und zieht ohne viele Worte wieder ab.